Willkommen zu Teil 2 des Gesprächs mit Matthias Schmidt vom YouTube-Kanal Finanzgeschichten und vom historischen Weltpapierhaus. Er hat 30 Jahre Erfahrung an der Börse und ist trotzdem erst 46 Jahre alt, also super, super interessant. Aber wir müssen jetzt natürlich mal eine Frage hier stellen. Wie kann man sich denn ein Depot aufbauen, was für die Ewigkeit laufen kann? Und auf was sollte man hier achten? Steigende Gewinne, Umsätze, Dividenden, Cashflow? Was ist hier wirklich wichtig oder sollte es wenig Schulden sein? Ich habe Matthias gefragt und er erklärt es in diesem Video. Let's go! Also das mal zum Thema kleinere Unternehmen. Jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu. Eine wichtige Sache finde ich auch immer wieder, wenn es jetzt, viele gehen ja einfach auf ETFs. Was ich auch völlig in Ordnung finde, wenn man sagt, ich habe gar nicht die Zeit, mir so ein Unternehmen anzuschauen. Jetzt mache ich das nebenberuflich. Du hast viel mit Wertpapieren, Aktien hauptberuflich zu tun. Und machst es auch noch. Ich meine, du hast den YouTube-Kanal, du hast dich vorher als Journalist stark damit beschäftigt. Jetzt ist die Frage, wie wenn ich aber sage, ich möchte Einzelaktien machen, weil ich den Anteil am Unternehmen haben will, vielleicht auch keine TER, die ich bezahlen muss, was auch immer. Also bei einem ETF beispielsweise, die ja sehr gering sind, aber trotz alledem. Wie kann ich mir denn jetzt mal so ein, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen ein wetterfestes Portfolio und auch nicht sagen ein Portfolio für die Ewigkeit. Aber man formuliert das ja immer so ein bisschen. Was ist ein Portfolio für die Ewigkeit oder für eine sehr lange Dauer über Dekaden? Wie kann ich das aufbauen? Also sollte ich über Währungen, Länder, unterschiedliche Größen streuen, mir steigende Gewinne, Umsätze und so weiter anschauen? Also wie kann ich das vielleicht so aufbauen, dass ich langfristig ein ordentliches, gutes Wachstum habe, aber auch vielleicht nicht sagen muss, ich muss jetzt jeden Tag dieses Unternehmen analysieren oder jede Woche, damit ich überhaupt da auch dabei bleiben kann? Also ich sage mal, das Erste ist, glaube ich, bei der Auswahl der Unternehmen, die für so ein Portfolio in Frage kommen, sollte man auf einen Aspekt achten, ob sie langfristig Werte für uns Aktionäre generieren. Und das halte ich für einen wirklich wichtigen Punkt. Und unter langfristig verstehe ich, glaube ich, noch ein bisschen längerfristig als die meisten. Also was mir auffällt in letzter Zeit ist, dass viele Anleger die letzten fünf oder zehn Jahre, maximal anschauen und das als langfristig sehen. Aber dazu, da haben wir keine wirklich schwierigen Zyklen dabei. Also ich schaue mir gerne Unternehmen ab etwa Mitte der 1990er an. Da ist der New Economy Boom dabei, da ist die geplatzte Blase, da ist der Rohstoffboom und Emerging Markets, was zwischendrin war. Dann kommt die Finanzkrise, dann kommt die Eurokrise. Da haben wir so viele Krisen und Sachen mit durchgemacht. Corona, Inflation, Krieg, alles. Und dann kann man in verschiedenen Situationen sehen, wie haben sich Unternehmen entwickelt. Und wer da relativ gut durchgekommen ist, klar, während der Finanzkrise oder während Corona, da sind die stabilsten Unternehmen 20, 30, 35 Prozent gefallen und viele andere noch viel mehr. Das ist alles kein Thema. Aber man sieht, dass sie über diese Schwankungen hinweg Werte gewonnen worden sind. Wir hatten es, glaube ich, im Februar, da war das, als wir unser letztes Video zusammen hatten. Ich glaube, da haben wir es am Beispiel TUI, hatten wir damals, wenn ich es richtig weiß. Ganz genau. Und inzwischen ist TUI bei 1,77 Euro und das ist jetzt 60 Prozent niedriger als von damals. Also das ist ein Beispiel von einem Unternehmen, das einfach über 20 Jahre nur Werte vernichtet hat. Und nur weil der Kurs von umgerechnet mal 20 auf 1,77 Euro gefallen ist, heißt es, dass der Kurs nicht nochmal 90 Prozent fallen kann. Weil das denken eben viele, der Kurs ist gefallen und weil er niedrig ist, dann kann er wieder auf die 20 hochkommen. Davon rate ich dringend ab, sondern wirklich Unternehmen zu suchen, die langfristig Werte generieren. Das ist noch keine Garantie dafür, dass es in Zukunft so ist. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz. Und ich meine, klar, es werden immer wieder dann so Sachen genannt, die produktzentriert sind, eine Coca-Cola oder so. Aber noch viel wichtiger ist, dass ein gewisses Business-Modell, Unternehmenssystem, sage ich mal, da ist. Weil das ermöglicht dem Unternehmen, flexibel auch in Krisensituationen zu reagieren. Und das hat mir die letzten zwei, drei Jahre, habe ich das bei Deinerher so richtig gesehen, die haben ja dieses Deinerher-Business-System, was auf Kaizen basiert. Und das Interessante ist, dass sie von den Mitarbeitern viel Eigenverantwortung, viel Mitdenken verlangen, was dazu führt, dass wenn schnelle Änderungen sind, die auch relativ schnell wahrgenommen werden. Und die haben während Corona, waren sie einer der ersten Werte, der da wieder auf die Erfolgsspur zurückgekommen ist. Und jetzt auch die Inflationszeit haben sie sehr gut in den Griff bekommen. Warum? Weil dieses Unternehmen viel schneller sich anpasst. Und interessant ist jetzt, dass das Management Ende nächsten Jahres jetzt das Wassergeschäft abspaltet. Sie merken da, okay, es waren jetzt Jahre mit Wachstum, die waren da. Es wird vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen weniger. Und geben das Ganze an die Aktionäre dann wieder ab. Jeder kann entscheiden, was er mitmacht. Und gleichzeitig gehen sie eben jetzt viel stärker in diese Life Science und in diese, mit Aldebron haben sie eine Firma gekauft, die diese Hüllen für mRNA macht. Also in diese moderne, die Bereiche, die in den nächsten Jahren stärker wachsen, werden voraussichtlich. Also das finde ich interessant, dass das Unternehmen sich sehr schnell auf neue Bedingungen einstellt und dort ja dynamisch quasi ist. Das Ähnliche gilt für Unternehmen, die eine gewisse Kultur verinnerlichen, einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, einen Anspruch oder eine Bechtel ist da jetzt auch ein Unternehmen, sag ich mal jetzt, wo eine gewisse Firmenkultur, ein Familienunternehmen da ist. Oder eben in Japan, die Itosho, die einfach, der Gründer hat das Unternehmen vor über 150 Jahren gegründet und hat immer noch dieser Leitgedanke von ihm. Wenn du mit jemandem Handel betreibst, dann nimm nicht das Letzte von ihm, was er gerade zahlen kann und zahl nicht dem, wo du es einkaufst, drück ihn nicht bis ans Aus so in etwa, sondern alle müssen leben in dieser Kette. Und das ist so dieses, ja, und wenn man sieht, wie die sich entwickeln, das war die letzten Jahre gigantisch einfach und da ist auch Buffett eingestiegen und er weiß, glaube ich, warum es ein Unternehmen mit KGV 7 bis 8, das 3,5 Prozent Dividendenrendite hat, das im Prinzip neulich wieder die Gewinnprognosen mal eben, ich glaube, von 700 auf 800 Milliarden Yen mal hochgenommen hat, das Aktienrückkäufe macht, es läuft und weil eben, ja, das Ganze passt, da ist nichts voll, sage ich jetzt mal, da ist nichts, ja, und das ist das, was glaube ich relativ wichtig ist, ist auch im Übrigen bei Berkshire so eine Geschichte. Das wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade drauf eingehen, weil wenn man sich mal das Owners Manual, Berkshire Owners Manual durchliest, ich glaube, das wäre einfach, da kann man erstens mal schon unheimlich viel lernen darüber, wie ein Unternehmen geführt wird und wie Warren Buffett sich selbst sehen und da steht drin beispielsweise, wir als Aktionäre sind Partner, wir werden als Partner angesehen und Warren Buffett sagt, wir haben Skin in the Game, also das heißt, wir sind mit, wir treffen Entscheidungen für euch, sagt er quasi und wenn aber diese Entscheidung kommt, dann sind wir da voll drin und Charlie Munger sagt ja auch, ich habe hier gerade auch ein Buch über Munger von Griffin, was sehr interessant ist, Geniales Buch. Absolut geniales Buch und er sagt ja auch, gib lieber, wenn du einen Deal machst mit jemandem und du weißt, du hast einen ordentlichen Deal, gib ihm lieber ein bisschen mehr, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil die Person will weiterhin Geschäfte mit dir machen, du pflegst gute Geschäftsbeziehungen und ich glaube, das ist auch was, was ich bei Berkshire sehe, was ich bei Itosho sehe mit dem Leitgedanken beispielsweise und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, ebenfalls, wenn ich in Berkshire Hathaway investiere, weil ich das Gefühl habe, Buffett, also der Letzte, der ein Stück vom Kuchen nimmt, wird Buffett sein. Ja. Weil er gerne Mehrwert für die anderen schafft. Definitiv. Also erstmal ganz kurz zu Charlie Munger. Ich halte den inzwischen für den Intelligenderen von den beiden. Dieses Buch ist... Buffett-Sohn auch. Wie bitte? Howard Buffett, der Sohn von Warren Buffett, glaube ich, hat das gesagt, dass das ebenfalls, ich glaube, ich habe das Buch The Poor Charlie's Almanac, liegt auf meinem Nachttischschränkchen und Howard Buffett sagt auch, dass er der Intelligentere sei. Also ich habe es inzwischen zweimal als Hörbuch gehört, das von Griffin. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, heißt es, glaube ich. Genau. Das kann man nicht oft genug hören, weil es sind wirklich diese Dinge, wie gehe ich mit Geschäftspartnern um? Und auch da ist nämlich eine Sache drin, eben, dass sie nicht das machen, was typische Private Equity Firmen machen, dass sie nachher erstmal rationalisieren und trimmen und einfach nur auf den Weiterverkauf optimieren. Und das ist genau der Punkt, warum ein Verkäufer zu Buffett und zu Munger geht. Nehmen wir mal ein Unternehmen an, das 50 Millionen Marktwert hat. In eine kleine ländliche Gegend, man kennt sich, das Ding hochgezogen. Selfmade, in zwei Generationen hochgezogen. Jetzt will er es verkaufen, Altersregelung, sonstige Gründe. Dem ist doch egal eigentlich, ob er 50 oder 60 oder 65 Millionen kriegt. Er will einen anständigen Preis kriegen, ja. Aber er wird lieber einen Buffett mit 50 Millionen nehmen, wo er weiß, dass das Unternehmen weitergeführt wird, in seinem Sinne weitergeführt wird, dass die Mitarbeiter, die das ja auch zum Großteil der letzten Jahrzehnte aufgebaut hatten, im Prinzip in diesem Unternehmen weiter beschäftigt bleiben, sich keine Existenzsorgen machen müssen, nicht an die Wand gedrückt werden. Anstatt es für 65 Millionen an eine Heuschrecke, sage ich jetzt mal böse, zu verkaufen, der presst das Letzte raus, schmeißt die Hälfte der Belegschaft raus oder verlagert die komplette Produktion, nachdem er das Know-how hat, irgendwo nach Asien. Und wenn der Verkäufer nachher zum Bäcker geht und mit fünf anderen Leuten, die bei ihm gearbeitet haben, was meinst du, was die ihm sagen, wie der sich fühlt, ja. Und genau das ist das, warum Buffett und Manga dort gute Deals bekommen, weil sie einfach fair mit umgehen, weil sie zu ihrem Wort stehen. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube inzwischen, dass auch nach dem Manga-Buch mir nochmal richtig bewusst geworden ist. Und auch die Essays von Warren Buffett habe ich mir das letzte Mal als Hörbuch nochmal angehört. Und das ist das Schöne, ich war viel unterwegs, habe viel Ware an Kunden ausgefahren. Ich habe mehrere tausend Kilometer hier gefahren. Da ziehe ich mir die Hörbücher immer ganz gern rein. Super. Und das Zweite ist nämlich die Kapitalallokation. Und das halte ich für das größte Geheimnis von Berkshire oder den größten Vorteil. Warum? Wenn ein Unternehmen Geld erwirtschaftet, dann liefern sie es de facto bei Buffett und Manga ab, in dem Wissen, die beiden wissen viel bessere Quellen. Also wenn sie Geld erwirtschaften und sie haben keine Idee, wo sie es zu ähnlich hohen Erträgen anlegen können oder wie sie das Geschäft erweitern können. Dann liefern sie es bei Buffett und Manga ab und die machen was. Aber rumgedreht weiß der Manager, wenn es bei mir die Hütte brennt, stehen Buffett und Manga zu mir und das Geld ist wieder verfügbar. Und diese Optimierung, die ist Gold wert, weil sie im Prinzip dazu führt, dass Unternehmen nicht unter Zwang in Bullshit-Projekte investieren. Weil der andere, der da ist, der das Geld hat, der dann sagt, entweder ich zahle eine hohe Dividende oder ich muss anfangen jetzt, ja, die Rendite ist nicht wirklich so, aber wir haben die Kohle da, ziehen wir das Ding, ja, machen wir es halt. Also nichts Halbes, nichts Ganzes. Diese Dinge werden dadurch vermieden. Und ich glaube, das ist bei Berkshire mit auch einer der, gerade bei den Unternehmensbeteiligungen, die sie haben, einer der Erfolgsfaktoren. Und ich habe im Übrigen ein Unternehmen gefunden, das sowas in Europa in ähnlicher Form macht. Ich bin noch nicht investiert, aber das ist auch eine Geschichte. Ich schaue mir das, ich habe das aus Zufall, hat mir das jemand in Twitter genannt. Und ich beobachte das jetzt. Ich schaue mir das ein oder andere YouTube-Video. Ich schaue die Quartalsmitteilung an. Vertrauen gewinnen und wirklich Know-how ein bisschen dazu haben. Das ist die Firma Lagerkranz, heißt sie. Mit C geschrieben Lager und dann Kranz mit C und TZ aus Schweden. Knapp zwei Milliarden Börsen wert. Die kaufen in Europa, vor allem Skandinavien, aber auch Deutschland und UK, Hidden Champions zusammen. In ganz verschiedenen Bereichen, Elektronikkomponenten, auch Geländer, alles Mögliche, was im Prinzip Nummer eins oder Nummer zwei im Markt ist. Und die gehen mit einer ähnlichen Philosophie vor, wo sie die Unternehmen gerade so Nachfolgeregelung oder auch wo jemand verkaufen möchte, aber noch im Unternehmen als Manager weiter mit dabei bleibt. Aber sie gehen, und die sind jetzt seit 20 Jahren an der Börse und vorher waren sie Teil von einem anderen Konzern, die gehen mit eben diesem ähnlichen Versprechen hin und die haben diese Versprechen nicht gebrochen, die halten die. Und deshalb bekommen die auch jedes Jahr so sechs, sieben, acht Akquisitionen ja relativ gute Unternehmen mit hohen Margen, mit interessanten Märkten. Und ja, das ist halt Qualität. Das ist anders als, ich sage jetzt mal ganz brutal, eine Warta, die ich neulich als Beispiel hatte, die heute eine Gewinnwarnung melden, die vorher noch, die Bekanntgabe der Zahlen wird verschoben aus technischen Gründen und dann kommt batsch eine Gewinnwarnung raus. Und wo der Großaktionär im fallenden Kurs das letzte halbe Jahr massiv Anteile verkauft hat, und wo jetzt plötzlich im dritten Quartal war das EBTA schon negativ, also das war schon, da wird es ganz richtig eng werden. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Beim einen, der Großaktionär haut ab und will noch, ich sage mal, ich reduziere da immer noch genügend Anteile, aber holt noch für sich den letzten Cent raus und das andere ist eine ganz andere Welt. Ja, ich glaube genau diese Philosophie, die du ansprichst, finde ich ein sehr guter Punkt, wenn da einige nochmal genau nachschauen und dann vielleicht schauen, wenn diese Philosophie da ist, wie ist denn in den letzten Jahren, wie sind denn die Gewinne gestiegen, also der Umsatz, vielleicht die Dividende, der Cashflow und so weiter, vielleicht wenig Schulden, außer wir haben jetzt Versicherungen oder Immobilienunternehmen und so weiter. Und wirklich auch, also man kann auch solche Firmen finden und witzigerweise Itosho habe ich über den Weg gefunden. Ich habe mir irgendwann vor fünf Jahren oder sechs Jahren irgendwann mal alle Nikkei 225 Werte im 25-Jahres-Chart angeschaut. Ich wollte eigentlich wissen, welche japanischen Unternehmen haben es mit überschaubaren Schwankungen sehr gut durch die Krise geschafft und da bin ich an Itosho hängen geblieben, also wirklich aber mit dem 25-Jahres-Chart, weil der spiegelt dann auch die Unternehmensentwicklung wieder, weil eine Aktie kann nicht über 25 Jahre deutlich besser als der Markt steigen, wenn das Unternehmen kurz vor Macholla ist. Ja, also das ist auch kurzfristig. Wir haben eine Phase von einem Jahr zwei, da können Kurse komplett irrational laufen, weil von Fantasie, von Hoffnung getrieben, von Angst in den Keller gedrückt. Da gibt es so viele Gründe dafür, aber über so einen langen Zyklus ist letztendlich der Gewinn und vor allem auch der Free-Cash-Flow, der für die Aktionäre generiert wird, die entscheidende Größe, die die Werte schafft. Und deshalb ist eben so etwas wie eine Itosho einfach interessant. Ich weiß, die sind ein Stück zyklisch, das heißt bei Itosho wird durchaus, wenn die Hochstoffpreise runtergehen, da kann mal eine Phase kommen, wo der Gewinn auch mal wieder 30 Prozent fällt. Aber eben, weil ich mich mit beschäftigt habe, weiß ich das zu akzeptieren. Und ich sehe jetzt auch die Zeiten, wo wir deutlich nach oben überschießen. Und ja, dann bleibt man dort eben auch ruhig. Und das ist das, wo ich vorhin gemeint habe, je tiefer du dich mit einer Firma beschäftigt hast, desto ruhiger bleibst du dann auch, irrationale Situationen am Markt im Prinzip auszusetzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst mit den Unternehmen beschäftigst. Ob Social Media, ob im Prinzip Zeitschriften etc. Oder auch das, was wir jetzt hier machen, das könnte nur ein erster Punkt sein, dich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Und lasst euch Zeit, wie gesagt, Lagerkranz. Ja, ich könnte mich ärgern. Neulich hat ein Analyst das Ding runtergestuft, sie ist seitdem 50 Prozent gelaufen. Ja, aber nein, der Punkt ist, ich schaue mir das lieber über ein halbes Jahr teilweise an und ja, kriege was mit. Ich spreche mit Leuten, ich habe jetzt mit dem Fondsmanager neulich gesprochen, der relativ viel in Skandinavien unterwegs ist, hat oben ein ganz gutes Netzwerk, der schaut sich jetzt mal an. Und dann kommt von dem wieder was zurück. Und so kriegt man Informationen und so lernt man mit dazu. Und durchaus, vielleicht kommt auch irgendwann ein Punkt, wo ich sage, nee, ist doch nicht, ich habe mich getäuscht irgendwo da drin. Aber... Das geht nicht von heute auf morgen. Und ein Punkt, und da bin ich, zwei Sachen. Das eine ist, mit Leuten drüber reden. Also dafür ist Social Security. Aber nicht die Frage bereden, kaufen oder verkaufen, sondern die fundamentalen Sachen. Wie seht ihr diese Entwicklung in dem Bereich? Wie seht ihr die Margenentwicklung? Wie seht ihr, da soll jetzt die Wettbewerbsfirma bringen, ein neues Produkt? Wie beeinflusst das das Ganze? Oder da hat es jetzt einen Wechsel im Management gegeben. Was hat das zu bedeuten? Oder der Großaktionär wechselt etc. Also immer nur fundamentale Sachen zum Unternehmen, nicht zum Kursverlauf, nicht zu der Entscheidung, ob man kaufen oder verkaufen soll, diskutieren. Dann werden Diskussionen gehaltvoll und interessant. Und die Tage vielleicht, mit Jonathan haben wir uns ein bisschen recherchiert, Swedish Match. Swedish Match macht Squeeze Out. Und wir kennen ja aus Deutschland, Squeeze Out ist eine geniale Geschichte, um sich die Spruchstellenrechte zu sichern. So, jetzt sind wir dran, rauszufinden, wie funktioniert ein Squeeze Out in Schweden. Weil wir sicher sind, dass das Unternehmen fundamental deutlich mehr wert ist, als das, was Philipp Morris bezahlt. So, jetzt geht es darum, wir haben inzwischen in Schweden ein paar Leute gefragt. Ich habe zwei Leute gefragt, die in Schweden Kontakte haben. Wir haben angefangen, Gesetzestexte dann uns mal zu übersetzen. Und in der SEC war was drin gestanden. Und so lernt man im Prinzip. So kriegt man Know-how und man tauscht sich mit Leuten wieder aus. Dann kommt meine Rückfrage zum deutschen Spezialität von dem wieder. Und das wächst aber über die Zeit. Und das ist das Schöne an Social Media, dass man dort relativ viele Informationen über solche Schienen bekommt. Und was für mich das Interessanteste eigentlich ist, seit ich meinen Kanal mache, dass ich mich mit vielen Themen, bevor ich ein Video mache, noch mal viel intensiver reingehe, als wenn ich das Ganze im Prinzip nur für mich gemacht habe. Das ist eigentlich für mich der größte Pluspunkt. Also Squeeze Out, Delisting, das habe ich eigentlich dort erst noch mal vertieft. Ich habe es gewusst, was es ist, aber vor dem Video angefangen, die ganzen regulatorischen Geschichten durchzumachen. Und das finde ich ganz spannend, dass man da einfach ein How gewinnt und noch mal eine tiefere Beschäftigung damit stattfindet. Und ja, ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, um da erfolgreich auch zu investieren. Hey, und ich hoffe, dieses Gespräch mit Matthias Schmidt hat dir gefallen. Wenn das denn der Fall ist, dann lass doch mal ein Like jetzt für dieses Video da. Und vielleicht schaust du mal auf dem Kanal von Matthias Schmidt hier auf YouTube vorbei, Finanzgeschichten. Er hat wirklich sehr, sehr fundierte und interessante Videos, die ihr immer wieder macht. Und von ihm kann man sehr viel lernen, habe ich ebenfalls schon. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Also, ich wünsche dir jetzt was. Macht's gut. Ciao.